Wir versuchen die zu treffen, die Hölzer. Warte, wo sind die denn? Die sieht man kaum. Nee, Papa hat nicht. Hast du getroffen? Ach, fast. Ah, hier ist noch Sonne. Seht ihr das? Da sind die Hölzer und da kann man... Ach, nee, vorbei. Moment. Oh Gott, ist das schwer. Nee, Papa hat es auch nicht. Muss ich noch mal versuchen hier. Getroffen! Papa hat getroffen, ja. Versuch doch auch noch. You just open your eyes. Looks so sexy and so nice. Mama. 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 Sexy Mama. Yeah. Yeah. I can see you smile dancing in the summer rain. In the summer rain. In the summer rain. Hey, Mama. 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 Hey mama, sexy mama, yeah, yeah I can see you smile dancing in the summer rain, in the summer rain I can see you smile dancing in the summer rain, in the summer rain I can see you smile dancing in the summer rain, in the summer rain I can see you smile dancing in the summer rain, in the whoa, 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 yeah Summer rain, baby, dance and smile, summer rain Hey mama, 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 yeah Ich will auch auf einmal Ja, das fehlt euch auch Hallo Und da waren wir im Märchenwald Danke, aber auch fein Winky Winky, ist aber ein schönes Einhorn. So, machen wir noch ein Foto, ne? Und es wurden Fotos gemacht. Jetzt, die nächste, da ist ein Frosch. Ein Frosch? Wo ist der? Das, ja, dann gehen wir mal zum Frosch. So, wir gehen jetzt zum Frosch. Vorsicht. Geh mal zum Frosch. Das Märchen der Froschkönig. Das ist der Frosch, ne? Quark. Guck mal. Maximilian auf dem Frosch. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Ja, hüpfst er auch. Was macht denn Mama da? Mama klettert. Ja, das ist der Märchenwald und das ist der Frosch. Quark. Quark. Ja. Okay. So. Warte, nehmen wir halt noch etwas fest und gehen weiter. Ja, das ist jetzt nicht mehr. Warte, noch ein bisschen. Geht das? Okay. Das ist irgendwie so eine Hütte. Warte. 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 Vorsicht. Warte. Vorsicht. Maximilian der Kletterer. Komm runter. Mal hier mit dem Pilz. Irgendwie sind hier Pilze umgekippt und ich mach das mal hier mit einem Arm. So, der hat bestimmt 15 Kilo, Leute, so, damit keiner drüber stolpert, ne, Willkommen im Märchenwald. Hallo. So, sag mal unseren Fans Hallo. Hallo Fans. Wo sind wir? Im Märchenwald? Im Märchenwald. Wo wir vor einem Häuschenwald sind. Ja. Hier ist eine Banane. Eine Holzbanane. Eine Holzbanane. Warte mal. Eine Holzbanane. Eine Holzbanane ist hier, ne, und den ganzen Weg haben wir schon gemacht. Was? Was ist da? Aha. Schwanger. Durch gemeinsames Tun gewinnen Pinky, Carillo und Zipfel die nächste Zutat. Eine Schawanga. Ach, Schawanga. Wo? Da die Banane. Ach so. Ach so. Das soll die Zutat sein. Hahaha. Okay. Folgt weiter dem Zeichen, dem Wegzeichen. Welchen Weg nehmen wir jetzt? Den oder den? Ach so, da ist das Zeichen. Dann gehen wir jetzt hier längs. Hier lang? Gut. Das ist ein ganz schöner Aufstieg. Hier lang? Ja. Hier lang? Ja. Und das Märchen ging weiter. Ja. Also Leute, hier ist irgendwie nichts mehr. Ne? Zwei Baumstämme, nichts mehr von mir. Da geht es weiter. Und man ist schon eine halbe Stunde hier am Laufen. Und hier so ein fliegende, herumfliegende Tanzzapfen stören den Weg der drei Freunde. Näheres erfahrt ihr im Buch über den Märchenweg. Folgt weiter dem Wegzeichen. Ja. Und Wegzeichen ist hier jetzt auch keins. Das heißt, man weiß nicht, wo es längst geht. Das heißt, wir werden jetzt zurückgehen zum Hofcafé und uns einen Kuchen gönnen. Und ja, ich werde meinen Kaffee trinken und genießen. Ja, Leute, also ich muss jetzt mal kurz die beiden warten jetzt da. Weil wir wissen nicht, wie weit das geht. Und das sind echt schon Kilometer hier durch den Wald. Also ein paar Kilometer. Und es geht immer weiter bergauf. Und ja, ich gucke jetzt mal kurz um die Lichtung, also um die Kurve, ob da irgendwie noch eine Figur, eine Märchenfigur ist. Und ansonsten gehen wir dann zum Hofcafé und ja, machen Pause. Weil das ist ja echt hier, das adet echt in Sport aus hier. Weil hier ist ja auch gar nichts. Also hier ist nur, das ist nur Wald und da ist ein Zeichen. Okay, und da geht es dann weiter. Noch einen Kilometer und dann kommt die nächste Figur. Also schon ein bisschen lustig. Wer Naturfreund ist, auf jeden Fall ein Muss. Abenteuer auch ein Muss. Aber wer jetzt hier Märchenfiguren sucht, der, ich glaube, weiß ich nicht. Also kann ich jetzt nicht so sagen. Aber naja, also hier ist das nächste Zeichen. Und dann geht es wahrscheinlich da einen Kilometer weiter bis zur nächsten Märchenfigur. Ja. Ja, du bist ja sportlich. Was ist passiert? Mama hat sich auf was grünes gesetzt. Auf was grünes, ach so. Ja, das ist vom Baum wahrscheinlich. So, da geht es weiter. Aber das sind Kilometer noch, Maximilian. Wir gehen zurück zum Hofcafé, ne? Ja. Gut, dann komm. Ich kann auch mit so nicht mehr laufen. Ne, das hast du auch gut gemacht. Warte, Vorsicht Wurzel. Moment. Warte mal auf Papa. Papa? Ja. Ich habe noch Aufnahmezeit. Zehn Sekunden, okay. Das war der Märchenwald. War schön. Wir haben aber nicht alles geschafft, weil es mehr als drei Kilometer sind oder vier.